Diese Frau klaut am helllichten Tage. Die Überwachungskameras im Baumarkt haben Ungewöhnliches aufgenommen. Diese Frau will eine Kettensäge mitgehen lassen. Sie versucht, das riesige Objekt der Begierde unter der Kleidung zu verstecken. Doch sie ahnt nicht, dass jeder ihrer Schritte aufgezeichnet wird. Ihr erster Versuch schlägt fehl. Also auf zu Versuch Nummer 2. Gelingt es ihr dieses Mal? Oder wird sie erwischt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie will sich mit dem Diebesgut aus dem Staub machen. Recht und Ordnung kann sie aber nicht entkommen. Schon am Ausgang wird die diebische Äster gefasst. Ich bin ein Ausgang mit der Kostin. Ich bin ein Ausgang mit dem Staub machen. Recht und Ordnung alles. Und deshalb bin Brand Kostin. Und dafür geht es nicht.